Hallo, ich bin Constanze. Ich bin Yoga-Lehrerin und wenn ich es irgendwie schaffe, hier wieder rauszukommen, dann zeige ich euch gleich den Sonnengruß. Dann mal los. Du stehst am Anfang deiner Matte, stehst aufrecht, den Po etwas anspannen, den Bauch festmachen, Schultern nach hinten, unten zurück. Ich stehe geerdet, spüre wie deine Füße auf dem Boden stehen, wie sie den Fußboden berühren, wie du Bodenhaftung hast. Und jetzt nimmst du den Raum ein, den du brauchst. Mit der Einatmung öffnest du die Arme und beim Ausatmen führst du die Hände zusammengelegt vor dein Herz. Die Hände sind dabei etwas vom Brustkorb entfernt, damit dir eine kleine Spannung in den Armen entsteht. Beim Einatmen spannst du den Po wieder an. Um den unteren Rücken zu schützen, bringst die Arme nach oben, räumt dich so weit zurück und öffnet den Brustkorb, wie es für dich möglich ist. Und beim Ausatmen kommst du mit geradem Rücken aus dem Beckenbereich nach vorne. Mit geradem Rücken, so weit es dir möglich ist. Dann fängt es an hier zu ziehen, du kommst nach unten. Und spürst erstmal ganz bewusst dieses Ziehen, häng den Oberkörper aus. Dann machst du den Rücken wieder gerade, Schultern zurückrollen, setz die Hände neben deinen Füßen ab und wirf dein rechtes Bein nach hinten. Fang dich mit dem Fußzehen auf, setze dein Knie ab, leg den Fuß hinten ab. Und dann richtest du dich schön auf, Schultern quasi zurück, Rücken gerade und drück dein Becken tief, das dehnt. Schau nach vorne, der Blick ins Leben. Breite Schultern. Dann stellst du den Fuß hinten auf, nimmst das Knie hoch, setzt die Hände fest ab und bring dein Bein nach hinten. Die Schultern sind jetzt über deinen Handgelenken, du bist ganz gerade. Beim Ausatmen setzt du die Knie ab, schiebst den Po hoch, hältst die Ellbogen eng am Körper, die Schultern weg von den Ohren und kommst mit dem Fußkorb zwischen deine Hände. Legst auch die Stirn ab. Dann legst du alles flach auf die Erde, hinten die Fersen zusammen, Po angespannt und versuche mit deiner Rückenkraft nach oben zu kommen, weniger mit den Händen auf den Boden drücken. Mit der Rückenkraft kommst du nach oben, einatmen. Wenn du möchtest, kannst du etwas gegen den Boden drücken. Dann kommst du etwas nach unten, setzt die Füße auf, etwa hüftbreit. Drück dich mit den Händen beim Ausatmen zurück auf die Knie und dann zurück in den Hund. Du schiebst dein Steißbein nach oben, die Fersen richten Boden. Die Schultern hältst du breit, die Hände fest gegen den Boden und du nimmst die Schultern nach außen und drehst auch deine Ellbogen etwas nach hinten. Das öffnet nochmal die ganze Schulterpartie. Du drückst dich tief in den Hund, dein Kopf baumelt zwischen den Händen. Dann wirfst du dein rechtes Bein nach vorne, in den rechten Winkel, wenn es dir möglich ist. Knie hinten aufsetzen, Fuß ablegen und richte dich hier wieder auf. Schultern zurück, Becken tief, Blick nach vorne. Dann setzt du hinten den Fuß auf, gehst etwas aus dem Knie heraus und schubst dich mit dem Fuß nach vorne. Dann gehst du wieder tief, spürst in die Dehnung der unteren Beinseiten. Richte das dann mit dem Rücken gerade auf und kommst du mit geradem Rücken nach oben. Einatmen, den Po anspannen nach hinten und ausatmen. Flüssig, sieht das dann so aus. Einatmen, ausatmen. Vor anspannen, hoch einatmen. Brustkorb öffnen beim Ausatmen gerade nach unten. Einatmen, 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 linkes Bein nach hinten, ablegen, Fuß ablegen, ausrichten. Atem anhalten, Fuß aufstellen, die schräge. Atem ist angehalten beim Ausatmen, Knie, Brust, Stirn ablegen. Einatmen, Kobra. Schultern weg von den Ohren. Beim Ausatmen, Füße ausstellen, in den Hund. Tief in den Hund. Und mit der nächsten Einatmung, linkes Bein nach vorne. Knie ablegen, Fuß hinten ablegen, ausrichten, Becken tief. Mit der nächsten Ausatmung, vorschubsen. Rücken gerade machen, einatmen, hoch, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, hoch, anspannen. Einatmen, ausatmen, nach unten. Einatmen, linkes Bein nach hinten, ausrichten. Atem anhalten, in die Schräge. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn ablegen. Einatmen, Schultern weg von den Ohren, Fersen zusammen, hoch, anspannen. Ausatmen, ausatmen, in den Hundbecken hoch schieben. Wieder einatmen, linkes Bein vor, ausrichten. Fuß aufstellen, aus dem Knie raus, ausatmen, vor. Einatmen, hoch. Ausatmen, Hände vor deinem Herz. Das war der Sonnengruß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Sonnengruß. world star Time 2 1 2 1